ARD Text im Auftrag von Funk Wow, hey, wo ist der hin? Nee, oder? Habt ihr das gesehen? Ist er das? Unglaublich. Das gibt's nicht. Er hat's echt geschafft. In den Skylands gibt's bald Fahrzeuge. Schaltet bei eurem Abenteuer einen Gang rauf mit den neuen Land-, Himmels- und Seefahrzeugen. Mehr Tempo. Mehr Power. Mehr Abenteuer. Mit Vollgas gegen das Böse. Im neuen Videospiel Skylanders Superchargers. Mehr Andersen. Mehr Andersen. Mehr Andersen. Mehr Andersen. Mehr Andersen. Anlieb Assets Liste Der WDR.